Wir geben AIDA NOVA 10 Punkte! Hola, ciao, Bonsoir! Sei mit deinem Mediterranean Outfit der Star! Ja, das Motto ist großartig. Das Motto verbindet die Häfen, die Themen der Länder. Auf der einen Seite Reisen, fremde schöne Städte sehen in Kombination mit Rote. Auch wenn man dann im Hafen ankommt und einfach diese ganzen Touren machen kann, ich habe mich auch sehr, sehr wohl gefühlt. Mein Lieblingsplätzchen ist auf der Hängematte auf dem Balkon. Einfach morgens aufstehen, sich da hinsetzen und aufs Meer gucken. Das ist ein Traum. Ich bin völlig, völlig überwältigt. Das Schiff ist groß, es ist super vielfältig. Alles, was das Herz begehrt, hat AIDA zu bieten. Wir dürfen ja quasi abends als Star auf der Bühne stehen und das ist für uns alle, glaube ich, eine super Erfahrung und es macht total Spaß. . . Untertitelung des ZDF, 2020